und die läuft ab jetzt. Also von daher einen schönen Nachmittag, ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Michaela Winkelmann, bin die Vorsitzende der Deutschen Handhinkenhilfe und freue mich sehr, dass wir heute ein Webinar anbieten können, kürzfristig in der Corona-Zeit. Hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Zum einen wäre heute ein Vortrag geplant gewesen von Jennifer Küperkoch in Marburg, in der Gruppe, das auf Corona nicht stattfinden kann. Und gerade ist das Wochenende der über 35-Jährigen, wo es auch thematisch sehr gut hineinpasst. Von daher haben wir eins in eins zusammengezählt, eigentlich erst vor ein paar Tagen und sind auf Idee gekommen, wir machen das dennoch als Webinar und da freue ich mich sehr, dass das zustande gekommen ist und dass wir auch so viele Leute kurzfristig dazu gewinnen konnten, uns zu folgen. Das freut mich sehr. Ich habe neben mir noch meinen Mann an der Seite, der ist für technischen Support zuständig. Und jetzt steige ich mal ein in das Thema. So, Sie sollten gleich alle meinen Bildschirm sehen. Jawohl, da ist er also ein herzliches Willkommen. Die Jennifer Küperkoch ist heute dabei zum Vortrag für Betreuungsverfahren, Patientenverführung und Vorsorgevollmacht. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, diesen Vortrag zu hören in der Stuttgarter Gruppe. Es gibt sehr viel zu erzählen zu all den Themen. Stundenlang schon noch ganz viele Fragen von Ihnen und nutzen Sie die Gelegenheit und wir werden am Ende des Webinars nach etwa eineinhalb Stunden sehen, wie weit wir gekommen sind, ob wir noch mal eine Vertiefung anbieten. Das haben wir im Vorgespräch schon überlegt. Jetzt nach der Begrüßung würde ich ganz kurz was über technische Hinweise, Ihnen was erklären über die Plattform, dann was zur Deutschen Handtinken Hilfe sagen und dann kurz was zu Jenny sagen. Wir werden die uns kennen. Dann kommt der Vortrag. Da werden wir immer wieder zwischen den Blog Pausen machen, um einfach Ihre Fragen beantworten zu können. Am Ende habe ich noch eine Frage an Sie alle. Was sind Ihre weitere Ideen oder Wünsche, die Sie haben an Webinaren, wir geben Ihnen Ansprechpartner auf den Weg und das Ganze haben wir uns bis 16.30 Uhr vorgestellt. Zur Technik. Ich habe es gerade schon erwähnt. Sie sind Teilnehmer, Zuschauer heute. Nur die Jennifer und ich werden sprechen. Sie sind die Moderatorin und die als Referent. Mein Mann als technischen Support kann auch die Fragen von Ihnen lesen. Deshalb ist er auch erlaublich hier sichtbar. Sie können sich nicht sehen, hintereinander nicht sehen, nicht hören. Was Sie machen können in der unteren Navigationsleiste. Zum einen mal Audioeinstellungen vornehmen, falls es da was mit dem Lautsprecher gibt. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, die Hand zu heben. Das ist für uns für Stimmungsbilder. Zum Beispiel mir die Frage stelle, wer ist alles Mitglied der Deutschen Handtinken Hilfe? Dann können wir so schnell eine Rückmeldung bekommen von Ihnen. Es gibt auch ein F&A, ein Fragentool. Das zeige ich gleich nochmal genauer. Und ganz rechts unten beenden Sie das Meeting, verlassen uns wieder. Zu den Fragen. Wenn Sie auf den F&A-Knopf drücken, haben die ersten schon gemacht. Können Sie im unteren Bereich Ihre Frage eingeben und Sie können auch den Haken setzen, dass Sie anonym senden wollen. Von daher auch der Wechsel auf die nur Vornamen. Die Fragen kommen dann bei uns an und wir können die beantworten, entweder schriftlich in dem Auffragen-Antworten-Chat oder wir können sie einfach, ich kann sie Jenny in Blockweise dann vorlesen und wir gehen dann eine Reihe nach durch. Sie können gerne noch weitere Fragen stellen und schriftlich beantwortete Fragen sind dann für alle sichtbar. Und da hier an der Stelle, das war der Grund, warum ich auf Vornamen gegangen bin. Wenn Sie also nicht anonym die Frage senden, ist es dann mit Ihrem Vornamen gekennzeichnet. Wir haben auch die Option, dass wir während des Webinars Umfragen durchführen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mir. Um herauszufinden, wer hat gerade, wie viel Toilettenpapier noch vorrätig? Und da kriegen Sie so eine Aufforderung, können eine von vielen Optionen wählen und absenden. Und am Ende gibt es dann das Ergebnis, auch das wird anonym sein. Genau, soweit zur Technik. Ich sage erst noch mal was zur Deutschen Huntington Hilfe. Genau, also wir sind die Selbsthilfeorganisation. Interessen bei der Hunting Community ganz Deutschland. Das gibt es hier unserem Logo oben rechts entnehmen kann seit 1970. Wir feiern 50-jähriges Jubiläum. Wie das in Corona-Zeiten werden wird, sehen wir noch, was das für Auswirkungen hat. Aktuell planen wir unsere Veranstaltung, das große Jubiläum im September, dass das stattfinden kann. Wir hoffen das sehr. Wir sind bundesweit vertreten. Wir haben regionale Gruppen und Kontaktpersonen, Landesverbände, die allen Leuten zur Verfügung stehen. Zudem gibt es ein zentrales Büro, wo man sich auch hinwenden kann mit seinen Fragen und Mögen. Wir machen neben den regionalen Gruppentreffen auch Informationsveranstaltungen, wo wir häufig Experten einladen, seien es die Ärzte und Forscher, aber auch Themen von Pflege. Alles mögliche kann das sein. Und jetzt für heute mit Rechtsanwälten. Wir machen auch bundesweite Veranstaltungen mit Zielgruppen. Gerade lief das Wochenende der über 35-Jährigen. Wir haben was für junge Menschen, für Angehörige, für verschiedene. Die große Konferenz, die wir einmal im Jahr machen, findet im September statt, so Corona will. Und wir bieten unseren Mitgliedern einmal im Quartal eine Informationszeitschrift, wo wir unsere Vereinswelt informieren, aber auch international in der Forschung, was da alles so passiert. Wir bieten unseren Mitgliedern auch finanzielle Unterstützung. Gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir einen Fonds eröffnet, wo man Menschen, die aufgrund von Kurzarbeit aufgrund von Sonderausgaben, Mehrausgaben irgendwie finanziell belastet sind, die können sich gerne an uns wenden. Und da geben wir auch finanzielle Hilfe. Wir bieten auch ein Topfgeld mit außerhalb für pflegende Angehörige. Kann auch gerne in Anspruch genommen werden. Und all unsere Informationen findet man auf unserer Webseite, das Auslandsmitgliedsantragsformular. Genau, soviel zur deutschlandseitigen Hilfe. Dann sage ich noch zwei Worte. Jennifer und ich, wir kennen uns, ich glaube, seit der Jugendkonferenz in Mühlheim. Vor fünf Jahren ungefähr? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade auch überlegt. Was ist Minus? Ja, 2015, 2016, ne? Ja, so ungefähr. Ne, muss noch früher gewesen sein. 2015. Ja, da hat sich eine Freundin begleitet aus einer handhängenden Familie, da haben wir uns kennengelernt und haben uns seitdem begleitet. Wir waren auch vor drei Jahren gemeinsam beim Papst. Da gab es eine Sonderaudienz von Papst Franziskus für die Handhängendenfamilien. Das war sehr bewegend. Da waren wir auch mit zusammen unterwegs. Da hast du schon den Stuttgart besucht und auch schon viele Erlebnisse gemeinsam gehabt. Wir haben auch eine Beleuchtungsaktion in Gelsenkirchen. Von daher kennen wir uns schon eine ganze Weile. Es ist der Handhängengesellschaft sehr offen gegenüber und freut mich auch sehr, das heute für uns zur Verfügung steht. Und wenn du magst, kannst du gerne noch ein paar Worte zu dir selber sagen und dann mit deinem Vortrag loslegen. Das wird jemand nicht. Ein herzliches Hallo in die Runde. Das ist jetzt für mich neu. Wie gesagt, den Vortrag habe ich schon ein paar Mal gehalten, dann aber vor mehreren Menschen in Interaktion mit euch, Ihnen. Deswegen, ich freue mich über Fragen. Ansonsten lege ich jetzt einfach los. Genau, zu meiner Person noch. Mir ist die Handhängende Hilfe natürlich in sehr guter Erinnerung geblieben. Gerade der Papstbesuch. Weil kurz darauf haben wir dann die Schwangerschaft festgestellt. Also ich habe Franziskus mein Baby zu verdanken. Deswegen, wenn ich daran denke, habe ich immer noch Gänsehaut und Tränen in den Augen. Also das war sehr schön. Ja, ich bin durch eine Freundin, wie gesagt, dazugekommen, was Huntington ist. Weil die in der Familie Huntington hatten und der Bruder sich dann das Leben genommen hat und daraufhin die Diskussion auftauchte, wie gehe ich jetzt mit meinem eigenen Test um. Das habe ich begleitet. Und in dem Rahmen haben wir dann festgestellt, dass ich als Rechtsanwältin und gesetzliche Betreuerin dann einen Einblick in die Thematik habe. Auch wenn ich von der Erkrankung nicht so viel wusste bis zu dem Zeitpunkt, dass ich da bei euch in Mühlheim war und viel gelernt habe. So, jetzt waren wir glaube ich dabei, dass wir nicht wussten, wie wir anfangen sollten. Da war die Frage, was interessiert denn am meisten? Vorsorge, Vollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung? Genau. Ich kann jetzt eine Umfrage starten, wie Sie jetzt alle sehen sollten. Wir haben ja drei Themenbereiche auf der Agenda heute. Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht und Betreuung. Und würden einfach gerne wissen, wo sind denn die Schwerpunkte, die Hauptfragen, die Sie heute haben. Und würden Sie auch ein bisschen daran ausrichten können, an Ihren Bündnis und Bedürfnissen. Was nicht heißen soll, dass wir die anderen Themen nicht machen werden. Ich wollte einfach nur mal zum Stimmungsbild hören. Einfach auf einen der drei Punkte klicken und absenden. Mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen. Jenny, du musst alles machen. Das war mir klar. Okay. Die allermeisten Antworten habe ich bekommen. Dann sage ich mal beenden und teile das Ergebnis. Du brauchst ein Ergebnis, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Patientenverfügung und Betreuung mit gleicher Punktzahl, nur kurz dahinter leicht abgeschlagen, die Vorsorgevollmacht. Ja. Dann würde ich tatsächlich mit der Patientenverfügung anfangen. Eine Patientenverfügung. Das hört sich immer so grauenhaft an und man hört immer, der Arzt hält sich nicht dran. Es gibt ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2003, dass die Ärzte dazu verpflichtet, eine Patientenverfügung zu beachten. Deshalb ist es wichtig, dass wenn man, ja, ich finde eigentlich jeder braucht eine Patientenverfügung. Wenn man zu einer besonderen Risikogruppe gehört, sollte man sich dem Risiko eventuell stellen, indem man sich damit einmal beschäftigt. Ich weiß aus der Beratungspraxis, dass das nicht leicht ist, sich damit zu beschäftigen. Weil es dann auch immer so, weil man auch das Gefühl hat, wenn ich das verfasst habe, dann tötet mich der Arzt. Nein. Es ist einfach eine Vorausverfügung. Das heißt, man setzt sich einmal hin und stellt sich vor, für welche Situation möchte ich denn, dass die Verfügung geht. Meistens sagt man im Vorfeld dieser Verfügung, also man setzt dem voraus, ich möchte für die Fälle, dass ich mich in der unmittelbaren Sterbephase befinde, im Endstadium einer unheilbaren Erkrankung, schwere Hirnschädigung oder Demenzerkrankung, schwerste Schmerzen habe, dann soll diese Verfügung gelten. Und die gilt auch dann nur in solchen Fällen, wenn ich nicht mehr selber in der Lage bin, meinen Willen zu äußern. Das heißt, ich kann den nicht mehr verbalisieren. Ich habe schon erlebt, dass ich mich mit einem Arzt auf der Intensivstation zu einem Patienten begeben habe, der intubiert war und nur noch mittels Augen, sprich Blinzeln kommunizieren konnte. Auch das hat der Arzt mitgemacht, weil danach klar war, wir haben ihm vorher erklärt, was Ja und Nein heißen soll, haben dann unsere Fragen gestellt und der Arzt hat dann so gehandelt, wie der Patient das wollte. Heißt also auch in diesem Fall, trotz eventuell vorhandener Patientenverfügung wäre der Wille, den der Patient in dem Moment äußert, vorausgegangen. Erst wenn der nicht mehr hätte schauen können, wir uns nicht sicher gewesen wären, ob der uns sieht, hätten wir dann auf eine Verfügung eventuell zurückgreifen können bzw. müssen. Deshalb ist das nächste, was mir ganz wichtig ist, so eine Patientenverfügung ist schön und gut, wenn sie geschrieben ist. Wichtig ist aber auch, dass der Arzt weiß, dass es sie gibt und nicht nur weiß, dass es sie gibt, sondern auch weiß, wo er sie auch finden kann. Deshalb Visitenkärtchen ins Portemonnaie, meine Patientenverfügung befindet sich bei oder oberste Schublade, Haus- und Wohnungsschlüssel liegt da und da. Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch nochmal. Ja, so, dann haben wir die. Vielleicht das Rauschen und Rascheln. Ist bei dir irgendwas, was das Mikrofon bedeckt? Oder ist da ein Kabel mit der, mit meinen Papieren, die ich hier habe? Genau. Super, danke. Gut, sorry. So, dann ist das halt wichtig, dass wir in der Verfügung eine Eingangsformel haben, für die wir die festlegen. Und dann geht man der Reihe nach durch, was möchte ich denn in bestimmten Situationen, die ich klar definieren muss, das sagt der BGH leider auch. Also BGH ist die Abkürzung für Bundesgerichtshof. Der sagt dann auch, es muss eine klar definierte Regelung sein, die trotzdem allgemeingültig ist. Weil wenn ihr zu konkret werdet mit den Erkrankungen, die ihr meint, schließt ihr eventuell andere Erkrankungen aus oder bedingt bestimmte Folgesachen nicht. Sodass man trotzdem immer noch so ein bisschen vage und schwammig bleiben kann. Weil jetzt in gesunden Zeiten können wir noch nicht abschätzen, wissen, für welchen Fall der Erkrankung das denn überhaupt gebraucht wird. Ähm. So. Und wenn man jetzt sagt, ich habe oft, ähm, habe aktuell viele krebserkrankte Menschen bei mir, die noch gar nicht abschätzen können, wie weit sie den Schmerz aushalten können oder nicht aushalten können. Ähm. Ähm. Die gar nicht so konkret sagen wollen, ich will lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen. Ich weiß noch nicht, ob ich palliativmedizinisch betreut werden möchte, ob ich meine Organe spenden will oder nicht. Den rate ich immer, schreibt ruhig einen Gesinnungsaussatz, wie ihr euch fühlt, wie eure Lebensansichten sind. Ähm. Bleibt allgemein, ähm, nur so eine Wertvorstellung, damit man zumindestens, wenn keine Verfügung da ist, euren mutmaßlichen Willen irgendwie ermitteln kann. Sprich, wenn jemand sehr religiös ist und sagt, ich möchte meine Organe halt nicht spenden, dass man dann auch ableiten kann, dann möchte er vielleicht auch viele Dinge mehr nicht haben. Und, äh, ja, Patientenverfügungen sind deswegen grundsätzlich schriftlich festzuhalten. Ähm, Datum, Unterschrift und ganz wichtig, wer verfasst das Ganze? Ich habe neulich eine Verfügung in der Hand gehalten, da stand dann nur drauf, ich verfüge. Und unter der Unterschrift war nicht zu erkennen, wer denn verfügt hat. Dann hat man zwar eine schöne Patientenverfügung, die man auch in einem Haushalt gefunden hat, nur wenn in dem Haushalt mehrere Menschen leben, weiß man nicht, wer da jetzt die Patientenverfügung verfasst hat, genau, und für welchen Fall die gelten sollen. Ja. Ähm, das wäre so das Allgemeine zur Patientenverfügung. Habt ihr da ganz spezielle Fragen zu? Jetzt sind keine Fragen eingegangen. Einfach unten bitte den F&A-Knopf nutzen und die Fragen eingeben. Sie können auch in der Zwischenzeit immer mal ein Stimmungsbild erheben. Da haben wir uns doch gerade die Kaffeemaschine, das war gerade meine Anfrage. Ich kann sonst einmal den Bildschirm freigeben. Ich habe vom Bundesjustizministerium mir diese Patientenverfügungsvorlage. Okay. Ich habe ein Anzeichen gebeten, wer hat denn schon eine Patientenverfügung? Genau. Oh, ganz viele. Fünf von 18, vier von 18 haben schon. Achso, mein Hans ist auch oben. Und meine Mann auch. Das ist eine ganze Menge. Sieben von 20, knapp die Hälfte. Danke dafür. Super. Ich sehe die Broschüre Patientenverfügung. Also wenn es noch keine Fragen gibt, mach einfach mal weiter, wir sammeln die Fragen später noch ein. Genau. Genau. Das ist hier. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gibt uns Textbausteine an die Hand für eine schriftliche Patientenverfügung. Wie ich gerade gesagt habe, exemplarische Situation für die Situation, in der die Verfügung gelten soll. Und dann natürlich die Maßnahmen, Lebenserhaltende, Schmerz- und Symptombehandlung, künstliche Ernährung und Flüssigkeitszuführung, Wiederbelebung, künstliche Überatmung, Dialyse, Antibiotika, Blutbestandteile. Ich füge aktuell auch noch dazu, ob Organspende gewünscht ist oder nicht. Und ich füge auch noch bei, ob ich eine Obduktion haben möchte oder nicht. Und was ich auch definitiv dazu anrufe, mit reinzunehmen ist, wer setzt denn meine Patientenverfügung durch? Gibt es Menschen, die meinen Willen kennen, denen ich zutraue, diese Verfügung auch durchzusetzen, auch wenn es nicht das ist, die sich für sich wünschen? Also, ich kenne das, das Loslassen ist schwierig im Sterbefall. Und da ist dann die Frage, ja, wenn ich halt weiß, jemand möchte nicht, dass ich gehe, hält der mich dann fest? Oder sagt er, okay, sie hat in ihrer Verfügung verfügt, sie will keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dann bekommt sie auch keine. Dann machen wir nur palliativ-medizinische Versorgung und dann lassen wir sie sterben. Das ist halt, wenn man da jemanden einsetzt, der trägt eine sehr große Verantwortung. Bin ich jetzt wieder sichtbar? Ja, na, genau. Wenn du oben auf Stoppen drückst, müsste es das weggehen? Ja, ich habe auch anhalten. Das ist schon für dich. Jetzt. Also, inzwischen sind die ersten Fragen eingetroffen. Die erste von Claudia möchte wissen, wie er entscheidet, wenn keine Patientenverfügung existiert? Also, ich kenne das dann, als gesetzliche Betreuerin werde ich vom Arzt angerufen. Der fragt mich, gibt es eine Patientenverfügung? Dem sage ich dann, nein, habe ich leider nicht. Dann sagt der Arzt wiederum, gut, was wäre denn der mutmaßliche Wille gewesen? Wenn ich dazu nichts sagen kann, weil ich den oder die Betreute erst vor kurzem übernommen habe, müssen wir uns dann tatsächlich daran halten, dass er alles tun muss, um das Leben zu erhalten. Sprich, wer entscheidet, ist da derjenige, entweder den ich in meiner, ja, wenn ich denn zumindest eine Vorsorge vollmacht habe, kann ich da die Gesundheitsfürsorge ja mit übertragen. Wenn ich gar nichts geregelt habe, muss der Arzt tatsächlich danach handeln, dass niemand da ist. Der versucht, Angehörige zu kontaktieren, um zumindest einen mutmaßlichen Willen festzustellen. Wenn der keine Angehörigen hat, die er erreichen kann, muss er sich leider daran halten, was ihm, ja, der Gesetzgeber bzw. der hypokratische Eid sagt. Okay, danke. Dann geht es nochmal um eine Frage, jetzt ist es der Huntington-Greis heute. Noch spezifische Hinweise auf Patientflugung bei der Huntington-Erkrankung? Das ist eine Frage von Silke. Ich weiß, dass der soziale Dienst der einzelnen Huntington-Zentren sich mit Huntington-Patienten bzw. mit Genträgern gerne zusammensetzt, um eine spezielle auf Huntington ausgerichtete Patientenverfügung zu erstellen. Wer sich gerne an mich wenden möchte, dass man die einmal gemeinsam durchgeht, kann das auch gerne tun. Kontaktdaten gibt es dann gerne am Schluss der Sendung. Aber ich weiß, dass die Huntington sehr darauf bedacht sind, dass ihr alle eine auf eure Erkrankung zugeschnittene Patientenverfügung durch sie erhaltet. Dann gibt es einen anderen Teilespekt von der Frage von Silke aus dem Thema Aktualisierung der Patientenverfügung. Hast du dazu etwas zu sagen? Also wenn ich die Patientenverfügung jetzt einmal abfasse, dann ist die aktuell. Ich habe in meinem Vordruck immer noch mal so fünf bis acht Zeilen reingefügt, je nachdem, wo man sagen kann, entspricht immer noch meinem Willen und man setzt ein aktuelles Datum ein. Man kann sich aber auch, das mache ich regelmäßig, weil ich meine Patientenverfügung mit vielen OPs alle zwei Jahre einmal wieder durchschaue, noch mal kontrolliere, ob die aktuell ist und dann setze ich einfach eine neue auf und habe dann im Vorfeld den Satz hiermit widerrufe ich alle vorherigen Patientenverfügungen. Das heißt, ich habe eine Patientenverfügung verfasst, bin mir gerade unsicher, ob das, was ich da verfügt habe, noch so gültig ist, will das nicht mehr und nehme dann einfach einen Zettel und sage, hiermit widerrufe ich alle Patientenverfügungen, die ich jemals verfasst habe. Datum obendrauf, Unterschrift unten drunter und ganz wichtig erkennbar, wer da unterschrieben hat. Wenn das wieder nur drei X als Unterschrift sind, dann weiß es keiner. Dann ist die Patientenverfügung leider hinfällig. Ja, und dann müsst ihr wieder rufen. Dann gilt wieder, dass der Arzt gucken muss, ob er jemanden spricht, der meinen Willen kennt oder auch nicht. Oder zumindest, ob man ihn ermitteln kann aus meinem Leben. Und wenn er das nicht kann, muss er sich halt wieder daran halten, dass alles getan wird. Das ist gerade in der Diskussion um diese Magensonde, sprich die PEC immer wieder spannend, weil der Arzt legt die PEC, wenn er keinen mutmaßlichen Gegenwillen erkennen kann. Heißt, wenn man vorher im Freundeskreis mal gesagt hat, man möchte nicht an Schläuchen hängen, das ist dem Bundesgerichtshof zu schwammig. Das heißt, wenn man das so in der Patientenverfügung schreibt, ich will nicht an Schläuchen hängen, dann ist das eine Verfügung, die nicht gültig ist oder eine Formulierung, die so nicht anerkannt wird. Aber dem Arzt kann das dann schon mal als Hinweis dienen, in welchem Zusammenhang hat er das denn gesagt. Wenn das beim Essen war, also ich möchte niemals mein Essen durch eine Sonde bekommen, dann reicht dem das schon, um zu sagen, gut, dann müssen wir hier auch keine machen. Gut. Es gibt noch eine Frage. Jetzt kommen wir hier dazu. Du hast gerade das zentrale Register angesprochen. Wer hat denn darauf Zugriff, also wer kann denn da die Patientenverfügung wieder rausholen? Ja. Die Patientenverfügung im Register, da schreibe ich einen Brief hin und sage, ich habe die widerrufen. Also dann muss ich diesen Widerruf auch ans Register schreiben. Oder wenn der im Register ist, wäre es dann gut, wenn jemand den Widerruf bei sich führt. Also sprich, wenn der Arzt sagt, er hat eine Patientenverfügung im Register gefunden, wobei ich glaube, ich überlege gerade, ob ich Patientenverfügung im Register hinterlegen kann. Das ist die Vorsorgevollmachten. Weil das ist die Frage, wie kommt man in dieses, also nicht, wie kommt das ins Register hin, sondern er hat auf das Register Zugriff. Aber hier ist auch die Frage, ob das Vorsorgeregister. Die Frage ist, gibt es auch ein Register für Patientenverfügung? Weil ich es einfach gar nicht verborgen. Genau, weil die, also ein Register für Patientenverfügung habe ich nur dann, wenn ich die Vorsorgevollmacht mit drin habe. Aber nicht, ich habe kein generelles Register für Patientenverfügungen. Und deswegen muss ich meinen Widerruf, wenn ich denn die Vorsorgevollmacht beziehungsweise nur den Part der Patientenverfügung widerrufen will, muss dieses Widerrufsformular irgendwie in dieses Register kommen. Und das kriege ich nur durch Veröffentlichung im Register hin. Okay. Gibt es noch weitere Fragen jetzt? Gibt es eine vereinfachte Verfügung für Menschen, die sich nur schlecht konzentrieren können, wie bei Handhänge häufig der Fall ist? Einfach formulieren. Also vielleicht auch in Abständen, dass ich mich immer wieder, dann dauert die Verfügung vielleicht länger, aber dass ich mich mit jedem Absatz für ein paar Minuten beziehungsweise, wenn die Konzentration vielleicht noch für eine Viertelstunde reicht, dann kann ich sagen, heute lebenserhaltende, morgens lebensverlängernde Maßnahmen. Und ich würde das auch immer im Teilschritt unterschreiben schon mal. Oder dass man, also es gibt leider nicht wieder bei der Vorsorgevollmacht die Möglichkeit schnell zu kreuzen, weil das wird nicht als Patientenverfügung anerkannt. Man muss es tatsächlich der Reihe nach durchgehen. Was ich in der Besprechung machen kann oder wahrscheinlich auch jeder andere in der Besprechung machen kann, ich kann innerhalb von einer Viertelstunde ein grobes Gerüst zusammenstricken, indem ich halt frage, wie die generelle Stimmungslage ist. Eher pro oder contra. Heißt aber, man setzt sich nicht mit jedem Punkt dezidiert und einzeln auseinander, wie ich es mir wünschen würde. Also, aber so kriegt man dann, wenn jemand sagt, nee, ich will nicht und ich will sterben, dann kann ich ganz schnell eine Patientenverfügung in diesem Sinne zusammenstricken. Und wenn jemand sagt, nee, also der Arzt soll so wenig wie möglich eingreifen, ich will leben, dann kann man das auch ganz schnell zusammenbasteln. Was dann halt schwierig ist, wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber palliativmedizinisch in so manchem Bereich doch noch betreut werden. Das kann ich ja auch in die Verfügung mit aufnehmen. Oder ich möchte bestimmte Schmerzmittel bekommen und andere wieder nicht. Dann muss man sagen, gut, dann müssen wir jetzt doch die 20 Punkte der Reihe nach durchgehen. Okay, dann eine Sekunde. Ja. Ich habe heute nicht bedacht, dass der Putzmann da ist. Der möchte jetzt saugen, das geht gerade nicht. Genau. Ich habe auch eine Ergänzung zum Thema mit schlecht konzentrieren, auch mit Handdenken, spezifisch den Pubertären und Verfügungen. Ich kann gerne den Nachgang den Link verschicken. Wir haben auf der Internetseite der Deutschen Handdenkenhilfe ein Informationsblatt für Patientenverfügung. Und wir haben auch Textbausteine für Handdenken, die man verwenden kann. Genau. Das meinte ich mit Schnellstricken, dass man dann jemandem sagt, ich möchte das so, so und so haben, kreuzt das an und dann kann dann jemand anders auch die Textbausteine zusammensetzen. Man muss es dann nur hinterher auch selbst unterschreiben. Genau. Dann haben wir noch was zu den Aktualisierungen. In welchen Zeitabständen sollte man eine Aktualisierung vornehmen? Immer dann, wenn man merkt, dass sich seine Einstellung zur Patientenverfügung geändert hat, heißt aber, dass man, ich sag mal, einmal im Jahr vielleicht darüber nachdenken sollte, das nochmal zur Hand zu nehmen oder wenn einem selber auffällt, Mensch, was habe ich nochmal in meiner Verfügung überhaupt da niedergeschrieben, dass man sich die auch nochmal zur Hand nimmt und anschaut, stimmt das noch mit dem, was ich möchte, überein? Okay, danke. Dann Frage... Achso. Und immer dann zur Hand nehmen, wenn man merkt, die Gesetzeslage hat sich gerade geändert, dass da ein neues Urteil rauskommt oder man unsicher ist, ob das noch stimmig ist. Ja. Dann wollen Steffi und Olli wissen, ob es Sinn macht, dass der behandelnde Arzt die verfasste Patientenverfügung mit unterschreibt oder ist das nicht nötig? Grundsätzlich nicht notwendig, aber immer dann sinnvoll, wenn man die Patientenverfügung zu einem Zeitpunkt errichtet, wo es schon einige Menschen gibt, die sagen, hm, ob der nicht schon eine Veränderung hat und so noch so einwilligungsfähig ist, weiß ich gerade nicht. dass man sich dann nochmal mit dem Arzt zusammensetzt und sagt, unterschreib bitte, dass ich mich gerade im geistigen Vollbesitz meiner Kräfte befinde. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte so rum. Das war eine ganze Menge an Fragen, super spannend. Danke dafür, die Fragen haben wir erledigt. Okay. Dann denke ich, können wir jetzt weiter machen mit Vorsorge, oder? Ja, oder Betreuungsverfahren war, glaube ich, das nächste, ne? Betreuung war dann vom Ranking das nächste, das ist recht, ja. Genau, also, Betreuungsverfahren ist, ja, das Gegenstück im Endeffekt zur Vorsorgevollmacht. Dann kann man die Vorsorgevollmacht einmal kurz ansprechen. Mit einer verfassten Vorsorgevollmacht verhindere ich ein Betreuungsverfahren für mich oder mache es zumindest weniger notwendig. Es kann Fälle geben, da besteht auch eine Vorsorgevollmacht und es ist trotzdem ein Betreuungsverfahren notwendig, weil derjenige, dem man seine Vorsorgevollmacht gibt, also der für einen handeln soll, sagt, ich will nicht, ich kann nicht und möchte das nicht. Oder in der Vorsorgevollmacht sind Lücken, die dann durch eine Betreuung ausgefüllt werden müssen. Wobei dann aber auch derjenige, der die Vorsorgevollmacht inne hat, der Betreuer werden kann. Der hat dann halt, es gibt Vorsorgevollmachten, da fehlt der Bereich der Gesundheitsangelegenheiten. Es gibt Vorsorgevollmachten, die sind nicht notariell beurkundet und es soll ein Haus verkauft werden. Das ist einer der wenigen Fälle, wo eine Vorsorgevollmacht beurkundet werden muss. Dann heißt es, dass man für diesen Bereich des Hausverkaufs oder des Eigentumsverkaufs noch eine Betreuung benötigt. Es kann auch sein, dass man das Häuschen von der Oma beispielsweise, für die man die Vorsorgevollmacht hat, dass wenn die Oma dann sagt, ich verkaufe dir das Haus oder ich will das Haus kaufen als Vorsorgevollmachtnehmerin, dann ist das in sich Geschäft, weil ich kann mir das Haus ja nicht selber verkaufen. Ich kann nicht auf beiden Seiten gleichzeitig bei Notar sitzen als Käufer und Verkäufer. Und deshalb ist dann eine notarielle Beurkundung notwendig. Erstmal wäre sowieso eine notarielle Beurkundung notwendig, aber dann ist auch noch eine gesetzliche Betreuung notwendig in Form von einem Dritten, der dann die Oma vertritt. Auch wenn es Konsens ist zwischen allen, dass das jetzt zu dem Preis so laufen soll. Ja, so. Wer hat denn schon mal mit dem Betreuungsgericht überhaupt Kontakt gehabt und kann sich vorstellen, wie so eine Betreuung überhaupt in die Wege geleitet wird? Ich höre dich nicht, Michaela. Sorry, ich war stumm. Okay. Es waren zwei von 19 hinten. Okay. Das ist dann natürlich gut. Jeder von uns kann für jeden von uns eine Betreuung anregen, indem er beim Amtsgericht des Wohnortes anruft und sagt, derjenige braucht eine Betreuung. Das heißt aber nicht, dass man automatisch eine Betreuung bekommt, sondern dann hat der Richter jetzt erstmal Kenntnis davon, dass eventuell Hilfe vonnöten ist und wird dann die Betreuungsbehörde. Es kann der allgemeine soziale Dienst einer Stadt sein. Es kann dann auch eine bestimmte eingerechnete Betreuungsstelle der Stadt sein. Die wird dann beauftragt, einmal nach dem Rechten zu sehen. Die lädt einen dann entweder persönlich zum Gespräch in die Behörde oder kommt nach Vorankündigung in den Haushalt. Dabei wird dann erörtert, ob das notwendig ist oder nicht. Wenn es notwendig ist, geben die ihren Bericht ans Gericht weiter und es wird ein Verfahrenspfleger bestellt oder sollte zumindest im Idealfall bestellt sein. Ein Verfahrenspfleger kann ein Anwalt sein, kann aber auch ein gesetzlicher Betreuer sein, der schon tätig ist, der sich dann nochmal mit demjenigen oder derjenigen, für die die Betreuung angeregt ist, zusammensetzen sollte. Und das ist der Interessenvertreter. Also ganz wichtig, wenn der Verfahrenspfleger oder die Verfahrenspflegerin kommt, sprechen, ob überhaupt eine Betreuung gewünscht ist und wenn Betreuung gewünscht ist, in welchen Bereichen denn. Das spricht man meistens auch schon mit der Betreuungsbehörde ab. Aber hier kann man es dann auch nochmal eingrenzen und vielleicht auch sagen, ich möchte einen Mann, ich möchte eine Frau, ich möchte jemanden, der jung ist, ich möchte jemanden, der alt ist. Ich mag keine Menschen mit Kindern und Ähnliches. Was kommt hinterher in der Betreuung ganz wichtig darauf an, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander? Ich habe beispielsweise neulich eine Betreuung angeboten bekommen von jemandem, der eine Fehlgeburt hatte. Wenn man dem Schwanger gegenüber sitzt, ist das ein sehr unschöner Moment, den kann man vermeiden, wenn man das vorher abgeklärt hat. Oder ich habe Menschen, die sagen, ich kann nicht mit Frauen zusammenarbeiten. Da macht es sehr viel Sinn, wenn ich auftauche als Betreuerin. Ja, also da dann sprechen und wenn man sagt, man braucht keine Betreuung auch definitiv darauf beharren, dass man keine braucht und auch sagen, ja, ich weiß, ich brauche in bestimmten Bereichen Hilfe, aber die organisiere ich mir selbst und zwar wie folgt. Das heißt, wenn ich dann schon sage, ich habe den Pflegedienst da, ich habe die Tochter da oder den Sohn und die machen, dann ist eine Betreuung zwar vielleicht sinnvoll, aber nicht notwendig. Weil ich mich ja noch, ich sehe, dass ich meine Angelegenheiten nicht regeln kann, aber es tut jemand für mich was und den kann ich noch selbstständig beauftragen. Dann ist ein Betreuungsverfahren nicht notwendig, beziehungsweise dann ist das Betreuungsverfahren in dem Moment zu beenden. Jetzt kommen da, genau da ist vielleicht die ersten Fragen. Ich gehe jetzt mal rein direkt. Eine Frage ist, kann man jemanden Bestimmten als Betreuer benennen? Jetzt leider nicht. Upsa, jetzt bin ich, komm raus. Ihr seht mich noch? Ja. Okay. Ja, also man selber kann leider niemanden bestimmen. Man kann sich nur jemanden wünschen, außer man hat vorher eine Betreuungsverfügung. Du hast gesagt, ich wünsche mir für den Fall, dass eine Betreuung notwendig ist, denjenigen auch als Betreuer. Ja. Dann wird die Verfügung meistens noch mal überprüft, ob derjenige, der in der Verfügung steht, auch tatsächlich als Betreuer geeignet ist. Benennen kann man aber, also jetzt tatsächlich rein technisch, benennen kann man niemanden mehr. Das macht man mit einer Vorsorge Vollmacht. Mit einer Verfügung oder auch mit einem, mit dem Wunsch äußert man das. Der Richter kann davon aber absehen. Rumi, es ist nicht eine ganze Frage, ich verstehe sie nicht. Würden Sie sie bitte noch mal weiter präzisieren? Also aktuell steht hier, eine verheiratete Tochter muss ins Krankenhaus, Notoperation. Ich verstehe die Frage nicht. Ich kann es noch mal weiter ausführen. Solange gehe ich weiter zur Frage von Andrea, die möchte wissen, wenn ich zur Vermeidung eines in sich Geschäfts, weil ich meinen Betreuten als Mieter aufnehmen möchte, einen Verfahrenspflege beantrage. Wie lange dauert das? Entstehen dadurch Kosten? Ja, also es kommt aufs Gericht an, wie lange es dauert. Ich stelle den Antrag und sage, hier könnte ein in sich Geschäft sein. Ich bitte um einen Ergänzungsbetreuer, also keinen Verfahrenspfleger, sondern einen Ergänzungsbetreuer für den Abschluss des Mietvertrages. Dann prüft das Gericht erst wieder, ob das notwendig ist, diesen Mietvertrag abzuschließen, ob da, nein, ob es notwendig ist, einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen. Dafür kommt dann eventuell auch wieder die Betreuungsbehörde und es kommt auch der, kommt auch eventuell ein Verfahrenspfleger und dann beschließt der Richter, wenn die beiden sagen, ist notwendig, dann, dass ein Ergänzungsbetreuer bestellt wird für den Zeitraum des Abschlusses des Mietvertrages. Dann geht man mit dem Ergänzungsbetreuer den Mietvertrag durch und da schreibt den und wenn der Mietvertrag geschlossen ist, teilt man dem Gericht mit, dass die Ergänzungsbetreuung jetzt nicht mehr notwendig ist. Aber für den Zeitraum von der Bestellung des Ergänzungsbetreuers bis zum Abschlussmietvertrag und dann, ganz wichtig, bis zur Aufhebung der Ergänzungsbetreuung durch das Amtsgericht, entstehen die ganz normalen Vergütungsgebühren nach dem VWVFG. VWVG, das ist das Vormunds- und Betreuervergütungsgesetz und das sind die Pauschalhonorare, die da gezahlt werden müssen. Wenn derjenige Vermögen hat, sprich mehr als 5000 Euro, muss er die Kosten für diesen Ergänzungsbetreuer selber tragen. Wenn er nicht über der Schonvermögensgrenze liegt, sondern darunter, trägt die Kosten dann natürlich das Amtsgericht. Okay, danke. Moment, ich gehe gleich weiter. Also, weiter geht es mit, jetzt mal, ihr holt erst Humi zuerst, weil er hatte schon angefangen zu schreiben. Warum überprüft der Richter nicht, ob jemand verheiratet ist und nimmt einfach einen Anwalt als Betreuer? Die Mutter hatte eine Vollmacht von der Tochter, insofern bekommen, dass die Ärzte ihr Auskunft geben müssen. Auch die Mutter wurde nicht informiert, dass die Tochter in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Wenn jetzt der Betreuer nicht kooperativ ist, was kann die Familie machen? Humi, ich gehe es mal so mit meinen Worten wieder. Es gibt eine Tochter und die Mutter hat zwar Auskunft, was auch immer recht, aber es gibt dennoch für die Tochter einen Betreuer. Also, das ist ein Betreuer und der Familie. Ich glaube, da ist irgendwie nicht ganz konform das Miteinander. Okay, also man hat meistens das Problem, nur wenn man verheiratet ist, hat man nicht automatisch dem Ehemann bzw. der Ehefrau die Bedrohung für sich selber auch übertragen. Das kann man regeln mit einer Vorsorgevollmacht, was immer zu empfehlen ist. Der Richter muss also nicht überprüfen, ob jemand verheiratet ist. Wenn es also, wie hier glaube ich vorher, war das eine Notoperation, die Tochter kann sich nicht mehr äußern. Der Richter weiß, es ist eine zwingende Entscheidung notwendig. Es kann dann nicht mehr so eine dringende Opel gewesen sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil dann braucht er eine Unterschrift mehr, dann führt er die Operation ohne jegliche Unterschrift durch, wenn die notwendig ist. Heißt, hier war etwas zu verlassen, für das man jemanden brauchte, der da seine Unterschrift für gibt. Und daraufhin hat der Richter dann niemanden gefunden, der ad hoc im Krankenhaus war und hat per einstweiliger Anordnung ohne Überprüfung sofort einen Betreuer bestellt. Das war dann hier wahrscheinlich ein Anwalt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, und dann ist wieder das Problem mit, wer hat die Kenntnis gemacht? Das heißt, die Mutter hätte mit der Vollmacht zum Arzt marschieren müssen und auch zum Amtsgericht gehen müssen, um denen die Vollmacht zu zeigen und zu sagen, es ist nicht notwendig, dass hier ein Betreuer bestellt wird. Und wenn einer bestellt wird, dann bestellt bitte mich. Weil auch ganz wichtig, Angehörige, sprich ehrenamtliche Betreuer gehen vor Berufsbetreuern. Das Gericht ist gerade schon aus Kostengründen sehr drauf, die freuen sich förmlich, wenn da jemand sagt, ich gehöre zur Familie und ich kümmere mich. Weil auch die wissen, niemand kann sich so gut kümmern wie jemand aus der Familie. Denn Berufsbetreuer ist immer jemand, der mehr als einen Betreuten hat. So, jetzt ist die Frage gelöscht, war die damit erledigt? Ich habe sie gerade aufgeregt. Ah, nochmal. Ich kritisierte mich gerade, weil ich sie als Grundlage noch brauchte. Es ging um die Operation, die Patientin ist im Krankenhaus penitent geworden jetzt. Ich hoffe, ich habe dem Herrn die Frage beantworten können. Das war ganz unten, das ist jetzt noch ein Nachtrag. Es ging eigentlich nicht um die Operation, die Patientin ist im Krankenhaus penitent geworden. Sprich, es mussten freiheitsentziehende oder unterbringungsähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Die darf das Krankenhaus nicht von sich aus machen. Da braucht sie jemanden, der den Antrag stellt. Und das geht meistens nur über einen gesetzlichen Betreuer. In den meisten Vorsorgevollmacht vergisst man nämlich diesen Passus. Dass man sagt, wenn ich tatsächlich eine freiheitsentziehende Maßnahme brauche, dann darf auch mein Vorsorgevollmachtnehmer darüber entscheiden. Sprich, wenn die Vollmacht, die hier erstellt worden ist, nur darum ging, dass die Mutter Auskünfte von den Ärzten erhalten hat, dann betraf die nicht den Fall, dass sie auch in freiheitsentziehende Maßnahmen einwilligen durfte und dann war ein Betreuer zu bestellen. Warum das dann nicht die Mutter geworden ist, liegt dann wahrscheinlich daran, dass da niemand Kenntnis von hatte. Oder niemand damit gerechnet hat, dass die Mutter bei solchen Maßnahmen den entsprechenden Antrag für die Tochter stellt. Das ist manchmal auch im Familiengeflecht nicht ganz so sinnvoll, solche Entscheidungen oder solche Anträge zu stellen. Dann haben wir noch weitere Fragen eingekommen. In dem Fall, wo keine Vorsorgevollmacht vorliegt, und man selbst nicht in der Lage ist, zu entscheiden, wird dann erst mal der Ehepartner zum Betreuer, der dann entscheidet. Wenn das Gericht den für geeignet hält, ja. Das kann also jedes Ehepaar, also wenn ich Verfahrensfliegerin bin und in der Familie sitze und frage, wer will denn die Betreuung übernehmen, frage ich natürlich als erstes den Ehepartner. Weil man hat ja Ja zueinander gesagt und womöglich auch in guten und in schlechten Zeiten, und bis das der Tod uns schadet, da denke ich mir, darf man dann auch mal Betreuer werden. Es gibt manchmal Fälle, wo der Ehegatte oder die Ehegattin sagt, ich kann das nicht, ich bin selber krank, oder ich traue mir das nicht zu. Weil es geht ja nicht nur um Gesundheitsfragen, sondern es geht manchmal auch um ziemlich viel Schriftkram, der dann hin und her geht. Es geht um Anträge. Wer schon mal einen Antrag auf Sozialhilfe für Hilfen in Einrichtungen gestellt hat, weiß, dass man dann so ein Stapel Papier bekommt, das man ausfüllen muss. Und wenn man ein Ehepaar vor sich sitzen hat, die beide 70 sind, dann kommt nicht immer dazu, die Entscheidung zu treten, dass man dann sagt, ich möchte, dass mein Ehepartner mein Betreuer wird. Sondern dann sagt man, nee, das macht vielleicht die Tochter, der Sohn, der Neffe, die Nichte. Und wenn die alle auch nicht da sind und greifbar sind, greift man dann auf einen Berufsgedruck zurück. Da kommt gerade noch eine Ergänzung, genau zu der Frage. Das heißt, wenn man es versäumt, eine Vorsorgevollmacht auszufüllen, kann man als Ehepartner trotzdem einspringen und Entschuldung treffen? Ja, man kann nicht selber mehr einspringen. Das ist der Unterschied zwischen der Vorsorgevollmacht. In der Vorsorgevollmacht bestimme ich, dass jemand anders für mich tätig werden darf. Wenn ich die Vorsorgevollmacht dann nicht gegeben habe, dann bestimmt das Gericht, ob der Ehepartner Entscheidungen treffen darf oder nicht. Und wir haben es im letzten Jahr hier in Gladbeck, wo ich meistens tätig bin, erlebt, dass wir einen Richterwechsel hatten. Und wir haben Verfahren gehabt, die dauerten ein halbes Jahr. Normalerweise geht das schneller. Also jetzt sind die Richter eingearbeitet und haben auch ihren Rhythmus gefunden. Das heißt, die kriegen jetzt innerhalb von einem Monat hin so eine Betreuung einzurichten. Mit einer Vorsorgevollmacht kann man sofort handeln. Ohne Vorsorgevollmacht kann man nicht handeln. Und es bleibt viel liegen. Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen, ich springe dann nicht mehr ein, sondern ich werde eingesetzt, also sprich eingesprungen durch den Gerichtsbeschluss. Und der kann dauern. Okay, und Vorsorge machen wir gleich nochmal. Wir haben gesprochen das Thema Lebensende. Dazu gibt es noch eine Frage auch von Andrea. Die Betreuung endet mit dem Tod des Betreuten. Was kann ich als Betreuter tun, damit mein Betreuer auch die Abregelung meiner Beisetzung vornehmen soll? Das ist eine gute, so wie schwierig zu beantwortende Frage, weil da kann man nicht mehr viel machen. Der Betreuer, wenn es ein gesetzlicher Betreuer ist, der nicht ehrenamtlich tätig ist und auch in keinster Form mit einem Verwandt ist, darf die Beisetzung gar nicht organisieren. Was man im Vorfeld tun kann, ist einen Bestattungsvorsorgevertrag mit einem Bestattungsunternehmen schließen, indem man dann die Reihenfolge festlegt, wie man beerdigt werden möchte, wer zu informieren ist. Das kann man mit dem Bestattungsunternehmen ganz dezidiert festsetzen. Und wenn man denen dann noch einen Betrag X an die Hand gibt, ist die Bestattung auch schon bezahlt, sodass ich da auch kein Erbe mehr drum kümmern muss. Und es kommt dann auf einzelne Gesetze an in den einzelnen Ländern, wer da mit der Bestattung betraut ist. Ich hatte jetzt eine Bestattung in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist es aktuell so geregelt, dass die älteste Tochter die Bestattung vorzunehmen hat. Das heißt, der Sohn ist raus. Ja, das heißt, man hat einen älteren Bruder und der muss sich nicht um die Bestattung kümmern, sondern das mache ich als Tochter. Das fand ich ein Kuriosum. Kannte ich vorher nicht. Hier bei uns sind es immer die nächsten Angehörigen. Sprich, es sind die Kinder oder der Ehegatte geht hier in Nordrhein-Westfalen nach dem Erbrecht. Aber ja. Ich komme gerade noch eine Ergänzung rein. Andrea sagt, die Betreuerin ist ehrenamtlich. Und die Lebensgefährtin. Eingetragene Lebenspartnerschaft wäre dann ja wieder diejenige, die es regeln müsste. Erblich, ja. Als Erbe, ja. Genau. Wenn es dann aber nicht, wenn es keine eingetragene Lebenspartnerschaft gibt, kann man natürlich die Lebensgefährtin bitten, das zu tun. Oder halt auch in einer, wenn sie schon Betreuerin ist, ist es mit der Vorsorgevollmacht schwierig. Ich würde mit der Lebensgefährtin ganz ehrlich das nächste Bestattungsunternehmen meines Vertrauens aufsuchen und gemeinsam da die Beerdigung schon mal vorgesprechen. Dann hat das Beerdigungsinstitut schon was an der Hand. Ich weiß nicht, wie die Familienverhältnisse sonst sind und wie anerkannt die Lebensgefährtin bei den potenziellen Erben ist. Weil nur, weil ich in einer Partnerschaft lebe, die weder Ehe noch eingetragene Lebenspartnerschaft ist, die haben ja mit dem Erbe nichts zu tun. Das ist das Problem der nicht offiziellen Verbindungen, die man so eingeht im Leben. Okay, danke dafür. Das waren die Fragen zum Thema Betreuung. Es gibt kein Erbe, aber es gibt erst gleich kein Vermögen zu vererben, aber es gibt Erben, gesetzliche. Genau. Das ist immer ganz wichtig. Also es ist auch, wenn das im Betreuungsverfahren wird oft häufig gefragt, wie viel Vermögen haben sie. Vermögen sind auch negative Werte. Und wenn es nichts zu vererben gibt, heißt es aber nicht, dass es keinen Erben gibt. Sprich, wir haben eine gesetzliche Erbfolge, die das BGB bestimmt. und das ist dann der Ehegatte und die Eltern sowie die Abkömmlinge. Also erstens die Abkömmlinge und dann, wenn es keine Abkömmlinge sind, sind es die Erben in erster Ordnung und von da aus ausgehend dann zur Hälfte noch der Ehegatterin vorhanden. Ja, das wäre aber ein eigenes Thema, Erbrecht. Super. Und dann sind wir auch mit den Fragen zum Thema Betreuung soweit durch. Genau. Ich hatte jetzt gesagt, im Betreuungsverfahren, es kommt der Verfahrenspfleger, also sprich, es kommt die Betreuungsbehörde, der Verfahrenspfleger. Beide schreiben Berichte ans Gericht und sagen, Betreuung ist notwendig oder nicht. Dann kommt der Richter noch mal zur Anhörung und fragt, ob das mit der Betreuung so oder so passieren soll, für welche Bereiche. Man unterhält sich noch mal mit dem Richter über seine Bedürfnisse beziehungsweise man darf da auch sagen dem Richter gegenüber, ich will keine Betreuung. Ich lehne das ab und ich werde mit dem Betreuer nicht zusammenarbeiten. Dann hat der Richter meistens vorher noch ein Gutachten eingeholt. Entweder hat man ein ärztliches Zeugnis dabei, das sagt, Betreuung ist notwendig oder der Richter sagt, das reicht mir nicht, ich möchte hier ein Gutachten haben, ob das tatsächlich notwendig ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man für sich selber sagt, ja, ich will eine Betreuung, ich brauche Hilfe und ich möchte, dass mir da jemand beiseite steht. Es gibt aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass man das ablehnt und das Gutachten trotzdem sagt, es ist aber eine Betreuung notwendig. Dann bekommt man auch einen Betreuer, ohne dass man es eigentlich wollte. Ja, so und der Richter beschließt, macht dann seinen Beschluss fertig und mit dem Beschluss sagt er dann Betreuung ja, nein und er sagt auch, wenn Betreuung eingerichtet wird, für welche Bereiche wird denn überhaupt eine Betreuung notwendig? Das heißt, es kann manchmal eine ganz große Betreuung sein, dann hat man ganz viele Aufgabenkreise oder man hat einen kleinen Bereich an Aufgabenkreisen, wie beispielsweise Rechts- und Behördenangelegenheiten und die Post. Ich bestehe bei Rechts- und Behördenangelegenheiten immer auf die Postangelegenheiten, weil sonst bin ich noch nicht mal befugt als Betreuer, dass mir die Behördepost zusenden darf. Das ist natürlich sinnlos, wenn ich einen Antrag stelle und nicht weiß, welche Unterlagen fehlen denn überhaupt noch. Meistens sagt dann die Behörde, sie schicken mir das dann trotzdem zu. Nichtsdestotrotz ist es einfach sinnvoll, den Richter dann so nett darauf hinzuweisen. Also wenn ich schon behördliche Angelegenheiten regeln soll, dann hätte ich gerne auch die Post in der Hinsicht. Oder wenn ich die Vermögenssorge habe und im Rahmen dieses Gesprächs wird deutlich, hier könnten Insolvenzen im Raum stehen, dann hätte ich natürlich gerne zu Rechtsangelegenheiten und Postangelegenheiten auch noch die Vermögenssorge, einfach um zu kontrollieren, wie sieht das Konto aktuell denn aus. Konto kontrollieren darf ich dann nur in Form von, was ist auf dem Konto drauf, welche Rechnungen sind notwendigerweise zu bezahlen. Schafft der Betreute das noch, die alleine zu bezahlen oder muss das schon ich übernehmen als Betreuerin? Das stellt man dann alles einfach hinterher fest. Betreuung ist grundsätzlich nicht im Stein gemeißelt, sondern lebt vom Miteinander zwischen allen Beteiligten. Heißt, wenn man feststellt, die Chemie stimmt nicht, kurze Rückmeldung ans Gericht, dann kann man das auswechseln. Der Richter legt auch fest, für wie viele Jahre die Betreuung festgelegt wird. Also das können zwei Jahre sein, das kann ein halbes Jahr sein, das können aber im maximalen Zustand sieben Jahre sein. Nach sieben Jahren kommt wahrscheinlich meist, also zurzeit bei uns in Gladberg arbeiten die beiden neuen Richter sehr gründlich. Da kommt dann die Betreuungsbehörde nochmal, da kommt der Verfahrenspfleger nochmal und es gibt meistens nochmal ein Gutachten. und dann wird festgelegt, für wie lange die Betreuung verlängert wird, beziehungsweise ob sie dann noch notwendig ist. Man hat immer während des laufenden Betreuungsverfahrens die Möglichkeit zu sagen, Betreuung bis hierhin war schön, aber jetzt kann ich alleine. Wenn man da mit dem Betreuer einer Meinung ist, also Betreuer und Betreuter zu der Meinung kommen, hier ist, ich arbeite ja gar nicht mehr, der kriegt alle Sachen selber hin, dann teile ich dem Gericht das mit und dann gibt es nochmal einen Termin mit dem Richter, ob der fragt, der fragt dann nochmal, ist es so, dass die Betreuung nicht mehr notwendig ist, alle Beteiligten. Wenn man dann sagt, nee, ist nicht mehr notwendig, dann hebt der auf und das Betreuungsverfahren beendet, endet dann und ansonsten endet das Betreuungsverfahren dann tatsächlich erst mit dem Tod. Wenn jemand verstirbt, macht der Betreuer nur noch seine Schlussrechnung, wenn er denn die Rechnungslegung hatte, ansonsten gibt es noch einen Schlussbericht, den er dann verfassen muss, dem Gericht noch die potenziellen Erben benennt und dann endet das Betreuungsverfahren. Ich darf noch nicht mal dem entsprechenden Heim mitteilen, welches Bestattungsinstitut zu beauftragen ist, außer es ist mir anhand eines Bestattungsvorsorgevertrages bekannt, welches Bestattungsunternehmen es werden sollte. Das ist, ja. Ja, dann ist Betreuung, im Betreuungsverfahren noch wichtig zu wissen, dass man das Angehörige nicht automatisch Kenntnis von dem Betreuungsverfahren erlangen. Das heißt, wenn ich mitbekomme, dass für ein meiner Angehörigen ein Betreuungsverfahren anhängig ist, selbstständig melden, beim Gericht oder bei der Betreuungsbehörde. Die haben nicht automatisch Kenntnis von jedem. Das ist manchmal schwierig, gerade wenn man Demenzpatienten hat, die solche Briefe gern verlegen. Wenn man die findet, ruhig die Telefonnummer wählen und sagen, ich bin Tochter, Sohn, Nichte, Neffe. Ich weiß, wird Hilfe benötigt, ich wäre bereit dazu. Und jeder gesetzliche Betreuer freut sich, wenn Angehörige die Gesundheitsfürsorge übernehmen. Also ich mache gern geteilte Betreuung, dass ich hier für den Schriftverkehr zuständig bin. Ich stelle die Anträge und die Gesundheitsfürsorge übernimmt ein Angehöriger, der dann sagt, ich gehe mit zum Arzt, ich begleite die Termine, ich weiß dann, worum es geht, ich stelle die Medikamente oder ich passe auf, dass die Medikamente da sind. Da ist kein gesetzlicher Betreuer böse drum, wenn das funktioniert. Manchmal gibt es Probleme im Geflecht Angehörige, Betreuer. Da muss man dann vorsichtig sein und differenzieren. Wer hat jetzt ein Problem, warum, wieso, weshalb, mit wem? Geht es um den Betreuten oder geht es um persönliche Zwistigkeiten zwischen Betreuer und Angehörigen? Und wenn ich merke, dass ich dann gar nicht mehr weiterkomme, gehöre ich zu den Betreuern, die dann aufgeben. Ich weiß, dass da Kollegen anders arbeiten, die die Kommunikation mit den Angehörigen dann einstellen. Finde ich schlecht, schade und fatal, weil so nah wie ein Angehöriger komme ich nicht an meine Betreuten dran. Prima, danke dazu. Dann gehe ich auch zum Thema Betreuung. Viel gesagt, klares Bild, vermittelt. Machen wir noch den dritten Punkt auf der Agenda heute, Vorsorgevoll machen. Ich habe es angesprochen, aber jetzt nochmal das volle Programm. Hier noch ein paar Punkte, kurz noch vier. So, wir hatten gerade schon mal erwähnt, es gibt eine Betreuungsverfügung. Das heißt, ich möchte keine Vorsorgevollmacht verfassen. Ich sage einfach dem Gericht, ich möchte, dass der und der Betreuer wird. Dann überprüft das Gericht im Rahmen des Betreuungsverfahrens, ob der oder diejenige, die ich in der Verfügung einsetze, sich als Betreuer eignet. Ich kann aber auch sagen, ich beauftrage jemanden, damit meine Rechte wahrzunehmen, indem ich einfach eine Vorsorgevollmacht aufsetze. Das heißt, ich sage, der oder diejenige soll in dem Bereich Gesundheitsfürsorge, Postkontrolle, Heimplatzangelegenheiten, Regelung Postverkehr hatte ich, glaube ich, schon oder auch Abschluss-Mietverhältnis, Kündigung-Mietverhältnis, Verkauf Haus und in meinen Vermögensangelegenheiten für mich tätig werden, dann fülle ich dem eine entsprechende Vorsorgevollmacht aus. Ich hatte, eine Sekunde. Ja, hat das Bundesjustizministerium nämlich auch eine Vorlage für. Das ist dann was, was man auch mit kurzer Konzentration einmal schnell kreuzen kann. Willst du etwas teilen noch? Ach doch, da kommt was. Heißt, ich habe die Sonne-Mietverhältnis, da gebe ich dann meine Daten ein, sage dann, wem ich das und was ich in den einzelnen Bereichen möchte. Ich kann aber auch ein Nein ankreuzen. Das macht es dann immer da, wo ein Nein auftaucht, wenn das problematisch im Rahmen dessen wird, was man für jemand anders regeln soll. Beispielsweise, sie darf meinen Aufenthalt bestimmen und ich kreuz da ein Nein an und es wird ein Heimplatz erforderlich oder ein Krankenhausaufenthalt, dann macht das ein Betreuer notwendig. Der Betreuer kann dann natürlich derjenige sein, der die Vollmacht nimmt. Deswegen, wenn man die Betreuung gern vermeidet, ist das Offenlegen der eigenen finanziellen Verhältnisse. Weil der gesetzliche Betreuer einfach im Rahmen der Vermögenssorge Rechnung legen muss und ganz genau sagen muss, wofür die Gelder verwendet worden sind. Sprich, dann hat das Gericht plötzlich Zugriff auf Konten beziehungsweise kann über Kontoauszüge, kann Kontoauszüge sein, und das ist das Problem. Und jetzt im Rahmen der Vermögenssorge finde ich immer besonders wichtig, die meisten Banken akzeptieren eine Fondsorgevollmacht selten bis gar nicht. Wenn man jemand anders also sagen möchte, du darfst ab sofort auch für mich Rechnungen bezahlen oder zur Bank gehen und Geld abholen, einmal mit dem zur Bank gehen, der Bank den Menschen vorstellen, Personalausweis hinterlegen lassen und sagen, der darf auch für mich Geldgeschäfte regeln. Nachteil bei der Sache, derjenige hat ab sofort Zugriff aufs Konto. Wenn man das nicht möchte, ich habe gerade jemanden, der hat keinen Angehörigen, möchte dafür eine Freundin bestimmen, der hadert noch mit sich, ob das nicht dann doch über eine Betreuungsverfügung gehen soll, weil man in der Vorsorgevollmacht beziehungsweise mit der Vollmachtshinterlegung bei der Bank ist es dann so, dass derjenige sofort Zugriff hat. So, und ganz wichtig dann im Bereich des, ich sage nochmal, wenn ich tatsächlich über Eigentum verfüge, das veräußert werden könnte, ist zwingend erforderlich, dass die Notarielle, dass die Vermögens-, dass die Vorsorgevollmacht notariell beurkundet ist. Sonst kann ich damit keinen Hausverkauf oder Eigentumsverkauf vornehmen. Dann muss für diesen Fall tatsächlich ein Betreuer bestellt werden. Bei der Vorsorgevollmacht ist das immer problematisch, wenn ich nur einen bestimme, der mit meiner Vorsorgevollmacht arbeiten soll, ist das nicht das Problem. Wenn ich aber zwei Kinder habe oder einen Nichten, eine Neffe habe, die es beide machen sollen, der eine nur für den Bereich, der andere nur für den Bereich, dann kann man das auch noch schön auftauchen. Aber wenn man zwei Vollmachten an zwei verschiedene Menschen mit dem vollen Umfang herausgibt, muss man dann noch das Innenverhältnis der beiden Personen zueinander regeln. Wer übernimmt was und welche Stimme zählt im Zweifelsfall mehr? Es bringt ja nicht, wenn der eine sagt, ja, wir dürfen über den Aufenthalt bestimmen und ich möchte, dass das jetzt ein Heimplatz wird und der andere sagt, nee, mache ich nicht. Dann streiten die beiden sich untereinander, man kommt zu keinem Ergebnis und die Lösung ist dann wieder ein Betreuungsverfahren mit einem gesetzlichen Betreuer, der entweder einer von den beiden Personen wird oder wenn man sich komplett nicht mehr grün ist, dass es dann auch ein Dritter wird, den man vielleicht gar nicht haben möchte. Deswegen das Innenverhältnis sollte man dann schon im Auge behalten. Wenn man nur eine Person bevollmächtigt, hat man das Problem nicht. Dann braucht man auch, derjenige kann ja dann das entscheiden, was man ihm in der Vorsorgevollmacht an die Hand gibt. Was ich beim letzten Mal erlebt habe, als ich so eine Vorsorgevollmacht überprüfen, musste, nachdem die Mutter demenziell verändert war und ins Heim durfte, die hatte bei jeder zweiten Frage Nein angekreuzt. Damit sind wir in dem Betreuungsverfahren leider auch nicht aus dem Weg gegangen, weil die diese Vollmacht wahllos angekreuzt hat und auch schon nicht mehr erkennbar war, ob sie die Verfügung, also die Vollmacht so erstellen wollte oder ob sie dann auch in der geistigen Fähigkeit war, diese zu erstellen. Wichtig bei so einer Vollmacht, wie wir sie hier gerade gesehen haben, wenn ich die so herausgebe, dann ist die ab sofort gültig. Die ist nicht wie eine Patientenverfügung daran gebunden, ob ich mich noch äußern kann oder will. Also die gilt sofort. Deswegen rate ich da einmal zu, dass es soll eine Vorsorgevollmacht sein, die soll für den Fall gelten, dass ich nicht mehr kann. Das heißt, ich behalte die bei mir und sage demjenigen, der die Vollmacht braucht, wo er sie finden kann, wo sie liegt, wo ich sie beispielsweise hinterlegt habe, ich kann sie tatsächlich, diese Vollmacht kann ich auch registrieren lassen im Vollmachtsregister, kostet eine Gebühr von 15 Euro für die Hinterlegung und dann hat auch jedes Betreuungsgericht Zugriff aufs Register. Wir prüfen das ab und können dann herausfinden, es gibt eine Vorsorgevollmacht, der und der ist für Vorsorgevollmächtig. Damit schließt der Richter sofort wieder die Betreuungsakte. Außer ihm kommt dann zu Ohren, derjenige, der die Vollmacht inner hat oder eigentlich ausüben soll, macht das nicht richtig. Es gibt Differenzen zwischen Krankenhaus und Heim und derjenige, der da die Vollmacht ausübt, macht das nicht so, wie es adäquat wäre. Wobei ich bei adäquat immer so ein bisschen skeptisch bin, weil nur weil jemand das nicht so macht, wie alle anderen es wollen, heißt es nicht, dass es falsch ist. Aber das ist ja ähnlich wie bei der Patientenverfügung, nur weil derjenige sagt, er will nicht mehr leben oder er will um jeden Preis leben und ich habe andere Ansichten und Vorstellungen davon, wie ich mir vorstelle, dass derjenige sein Leben lebt, ist das ja nicht richtiger oder besser. Sondern das ist immer so die Empathie, ich muss mich in jemanden hineinversetzen. Nur das Risiko besteht dann, dass dann nochmal jemand kommt und drüber schaut, ob das alles so ist, wie es sein sollte. So, jetzt bestehen da noch. Die erste Frage ist schon da, Jenny, und zwar möchte Andrea wissen, kann man, wenn man keine Angehörigen hat, in der Vorsorgevollmacht, zum Beispiel auch den Betreuungsverein eintragen, damit der dann handeln kann? Den würde ich vorher darüber informieren, dass ich das so zu tun gedenke, aber das funktioniert, ja. Ich finde auch, dass man sich seine gesetzlichen, also dass man sich die beruflichen Betreuer im Umfeld, also vom Amtsgerichtsbezirk einmal anschaut, dass man da auf die einzelnen Homepages geht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Termin ausmacht. Da merkt man dann ja vielleicht schon mal im Telefonat, wie jemand ist und sich mit dem zusammensetzt und sagt, dass man keine Angehörigen hat, man auch nicht die finanziellen Mittel hat, um einen sogenannten Vorsorgeanwalt zu beauftragen. Man sich aber die Betreuung durch den oder diejenige wünscht und das dann in der Betreuungsverfügung niederschreibt. Habe ich schon so praktiziert funktioniert. Wundert dann jeden, aber geht. Huwi 5 möchte wissen, heißt das dann zusammengefasst, dass ich zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht noch eine Betreuungsverfügung erstellen sollte? Nein. Ich kann in der Vorsorgevollmacht den Passus reinnehmen, sollte diese Vollmacht nicht gelten oder als unwirksam achtet werden, wünsche ich mir folgende Person als Betreuer. Wenn man aber eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung gleichzeitig verfasst, weiß hinterher keiner, was war denn jetzt gewollt. Jemand, der nur eine Vorsorgevollmacht hat oder sollte tatsächlich ein Betreuungsverfahren. Laufen. Deswegen, damit schneidet man sich womöglich alles ab und man landet dann da, wo man gar nicht hin wollte. Ich würde das, wenn Vorsorgevollmacht besteht, in die Vollmacht integrieren, für den Fall, dass es nicht gilt. Und ansonsten würde ich das nicht extra verpassen. Dann kommt eine Frage von Thorsten rein, der fragt, bei der Vorsorgevollmacht seines Vaters fehlte der Ausschluss eines Paragrafen. Und das machte dann gerade bei der Sparkasse nach dem Tod des Vaters Schwierigkeiten. Gibt es das noch und wo muss man darauf achten? Also das ist hier die Geltung über den Tod hinaus wahrscheinlich. Dass die Verfügung dürfen mit der Vorsorgevollmacht getroffen werden, aber nicht nach dem Tod. Und entweder kreuzt man dann an, die Vollmacht soll auch über den Tod hinaus gelten. Meistens kann man das aber schon direkt bei der Bank hinterlegen, dass man dann auch als Erbe regeln darf. Okay, sehr gut, danke. Weiter geht es mit einer Frage. Kann man ohne Vorsorgevollmacht verhindern, dass ein ungeliebter Onkel sich in Gesundheit oder von höchsten Immobilien einer Erkrankten einmischt? Ehepartner und Kinder der Betroffenen haben keine Vollmacht, wollen aber eine negative Einmischung des Onkels verhindern. Ich habe das schon mal als negative Betreuungsverfügung verfasst, einen solchen Fall. Ich habe dann für denjenigen, der da betroffen ist, aufgesetzt. Das heißt, ich weiß, dass mein Ehepartner und meine Kinder nicht im Rahmen einer Vorsorgevollmacht für mich tätig werden wollen. Die würde ich mir dann aber vielleicht als Betreuer wünschen. Aber auf gar keinen Fall möchte ich, dass folgender Mensch für mich in irgendeiner Form tätig werden soll. Und dann würde ich Name, Adresse, Anschrift und würde auch sagen, es bestehen Differenzen zwischen mir und der Person. Ich habe seit so und so vielen Jahren keinen Kontakt und ich möchte gerade nicht, dass diese Person mein Betreuer wird. Weil anders kann der sich ja nicht einmischen. Es geht ja nur als Betreuer oder als Mitinhaber. Aber dann muss man sich sowieso mit ihm auseinandersetzen. Prima, danke. Das waren die Fragen aus der Runde. Ich habe selber noch eine Frage. Und zwar, mein Mann und ich haben uns Anfang des Jahres auch mit so einem Notfallordner auseinandergesetzt, haben einen erstellt, wo wir all diese Unterlagen nach und nach erarbeitet haben. Also wir sind jetzt bestens gewappnet. Bei uns ist es bei der Vorsorgevollmacht, also wir hatten als Begleitung eine sehr gute Broschüre von der Stiftung Warentest, die uns da durchgeführt hat. Und ein Passus, du erwähntest das Thema Verkauf Immobilien. Und wir haben keine notariell bestätigte Vorsorgevollmacht, sondern wir sind auf das Landratsamt gegangen und haben von der Betreuungsbehörde es abstempeln lassen, weil wir so gelernt haben, dass dann auch der Immobilienverkauf möglich ist. Ist das etwas bundeslandspezifisches? Ich glaube tatsächlich, dass es landspezifisch ist. Bei uns wird immer darauf bestanden, dass das von einem Notar gemacht werden muss. Ich müsste mich da tatsächlich noch mal schlau machen, wie das mit dem Ersatz durch die Behörde aussieht. Also jetzt sprechen wir über Baden-Württemberg und wir haben auch genau am Landratsamt gesagt, warum wir da sind, wofür wir diesen Stempel wollen. Und das wurde da so bestätigt, dass es korrekt ist. Ja gut, dann würde ich das jetzt auch so hinnehmen. Ja. Ansonsten, solange ihr nicht untereinander gegenseitig verkaufen wollt, im Rahmen dieser Vorsorgevollmacht, also für den Fall der Fälle, dass jetzt was passiert und einer von euch beiden verkauft an einen Dritten mit, wäre dann tatsächlich ja doch, wäre immer ein Ergänzungsbetreuer zu bestellen dann für den Fall. Ja. Jetzt geht hier einfach so um die Frage mit dem Notar oder nicht Notar. Ja. Dann muss ich jetzt mal ein Ergänzungsbetreuer sagen. Ich kann nicht den gesetzlichen Betreuer aufs Auge drücken. Okay. Gut. Das war jetzt auch die Frage zum Thema Vorsorge. Es gibt keine weiteren Fragen in der Runde. Das sieht auch zeitlich alles super aus. Es ist 20 nach 4. Von daher danke ich dir, Jennifer, ganz recht herzlich für deine Zeit, für deine Ausführungen. Wir haben ja gestern schon gesprochen, wir müssen jetzt am Ende verfügbar machen. Wir haben ja das aufgezeichnet. Wir hatten uns Gedanken auch über das Freigeben, wie wir es Freigeben auf dem DHH-YouTube-Kanal oder woanders. Das überlegen wir uns gemeinsam. Und auch, ob wir die Fragen nochmal zusammenstellen können, dass alle das nochmal in Ruhe nachlesen können. Vielleicht eine Linksammlung ergänzen, die sich über die Webinar-DHH-EV-E-Mail-Adresse angemeldet haben. Oder die Ü35-Teilnehmer, die abhängig Kontaktdaten. Da können wir sowas gerne im Nachgang noch zur Verfügung stellen. Gerne. Das war die Frage eben mit, wie kann man dich kontaktieren? Da hast du jetzt deine Visitenkarte gescannt. Dann sollte das jetzt ersichtlich sein. Perfekt. Klasse, super. Kann ich dann aber auch dann vielleicht mit übernehmen, in die E-Mail, was ich im Nachgang auch mal an die Teilnehmer verschicke, dass wir die Daten haben, wie wir es jetzt nicht zu schnell beschreiben können. Genau. Also meine Mitarbeiterin weiß Bescheid, dass wenn jemand mit dem Wort Huntington anruft, dass sie sich dann nur notiert, wer da angerufen hat und ich mich zeitnah zurückmelde. Die Umgebung ist nicht mehr aktuell. Der Nachname hat sich geändert. Wir arbeiten. Ich habe es genannt, weil ich wollte vorhin nachgucken, damit ich für die Vorstellungsrunde weiß, Rechtsanwältin, für welche Fachrichtung du bist. Und ich habe auch gesehen, die Seite ist gerade an der Construction her. Genau. Wir versuchen das zu regeln. Ich habe in Corona-Zeiten leider zu tun. Ich hätte mir die Zeit gerne anders vorgestellt. Super. Also ich fand es sehr lehrreich heute. Vielen, vielen Dank, Jennifer. Wir werden dir als Dankeschön noch ein schwäbisches Paket, Lunch-Paket zur Verfügung stellen und den auf den Weg geben, dass ihr nicht verhundert da oben. Oh Gott, ja, das passiert hier. Ich stehe jetzt nicht auf, damit du nichts siehst. Habt du Botschaft gehört. Okay, dann möchte ich gerne noch zum Abschluss, mach das hier mal zu. Oh, da kommt noch eine Frage rein. Ach, super gemacht. Das ist ja nett. Vielen Dank. Freut uns sehr. Dank für Ihre Rückmeldung. Ich hatte eben schon mal einen Vorschlag gemacht, Thema Erbrecht. Könnte man auch noch mal als Umfrage, als ein weiteres Webinar anbieten. Finde ich super. Ich finde das Format toll. Und ich habe noch ein paar Dinge vorgeschlagen, worüber man auch ein Webinar machen könnte. Und ich gebe es einfach mal frei in die Runde. Sind das interessante Themen? Sagt jemand, will ich, will ich nicht? Will ich unbedingt? Wäre schön, wenn Sie da einfach mal draufdrücken, damit wir da ein Stimmungsbild bekommen. Ist das sichtbar gerade? Ja, okay, jetzt geht es schon los. Die Liste ist nicht vollständig. Das ist das, was mir gestern eingefallen ist. Genau, deshalb geht es unten den generellen Platzhalter. Wer andere Themen vorschlagen möchte, darf mir gerne ein E-Mail schreiben an die DHH-Inbox. Und ansonsten suchen wir uns die Themen raus und gucken, wie wir da Referenten finden und das auch demnächst eintakten und anbieten. Weil ich finde das Format sehr gut geeignet. Ich bin überrascht, wie gut das war. Ich danke für eure Aufmerksamkeit oder ihre Aufmerksamkeit. Da haben wir ganz viele Rückmeldungen schon. Ich zeige es einfach mal in die Runde. Interessant. Spitzenreiter ist Wesensveränderung. Aber auch alle anderen Themen sind sehr willkommen. Hier seht ihr gerade, ne? Nehme ich gerne mit und bin auch gespannt über die weiteren Vorschläge darüber hinaus, dass wir das Thema angehen und weitere Webinare planen können. Dann habe ich noch eine Seite. Also, ich möchte gerne darauf hinweisen, in der Deutschen Hansinken-Hilfe haben wir auch jede Menge Ansprechpartner. Nicht für juristische Themen, da haben wir die Experten. Aber wir haben eine Beratungsstelle in Duisburg, die ist Montag bis Freitag erreichbar. Da können Sie geht wieder Frage stellen. Wir suchen Ihnen einen Ansprechpartner. Wir haben in den Regionen die Landesverbände und auch unsere Gruppen. Die kommen auch ansprechen, auch in Corona-Zeiten. Wenn die Gruppen nicht stattfinden, die treffen, leider alle verschoben werden müssen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, mit den Kollegen per Telefon in Kontakt zu treten. Die sind auch jetzt gerne für Sie da und haben ein offenes Ohr für Sie. Und speziell für junge Leute haben wir die Lisa und die Sonja in der DHH. Die für Jung geht bei uns bis 35. Auch mit 6 darf man gerne noch anrufen, die da den Jungen und Junggebliebenen zur Seite stehen. Okay, das wollte ich noch sagen. Und jetzt kommen noch Fragen rein. Okay, jetzt kommen viele Dankeschöns rein. Dankeschön hat uns auch gefreut. Gerne wieder. Und noch vorher Zeit fertig, super. Also dicke, dicke Dankeschön, Jennifer. Ja, danke an euch. Gerne wieder. Wir sagen Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss.